Ja hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Monster Hunter World. Ich habe mal wieder einen Livestream gemacht, das habt ihr mitbekommen, denn die Highlights davon gibt es ja hier auf YouTube. Was hat sich alles verändert? Eigentlich gar nicht so viel. Ich habe eine Menge Material gefarmt, das meiste für den Lavasierd und für den Rathalos, also den Azurnen Rathalos. Und ich habe die Panzerkralle hergestellt, denn wir haben einen Bacelgeuse besiegt. Da vorne schlummert er auch, denn wir haben ihn gefangen. Ein sehr, sehr gefährliches Monster, sehr, sehr stark und vielen Dank an meine sehr potente Jagdgruppe, die ihn mit mir zusammen erledigt hat. Ganz ehrlich, alleine hätte ich das nicht geschafft. Was wir heute aber machen, wir gehen mal in unserer ewigen Aufgabe Grimakinen zu rekrutieren weiter und gehen dafür ins Korallenhochland. Denn ich habe gerade schon mal einen kleinen Test gemacht und ich bin der Meinung, dass ich das jetzt hinkriege, euch zu zeigen, wie das geht. Ich weiß es eigentlich selbst auch nicht, aber ich habe zumindest den Grundstein dafür gelegt. Denn dafür muss man diesmal anscheinend keine Doodles farmen, sondern man muss die Grimakinen finden. Und das habe ich auch eher durch Zufall geschafft. Aber ich freue mich trotzdem drüber und hoffe, dass das jetzt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Noch mal ganz kurz zur Erklärung. Es gibt in jedem Gebiet gibt es Grimakine, später dann auch Gatschalaka oder wie heißen die? Schakalaka, Gatschalaka. Also im letzten Gebiet gibt es halt andere, das will ich damit sagen. Und wenn man sich mit den Grimakinen anfreundet, dann erhält man dafür auch einen Bonus. Und zwar ein neues Paliko-Werkzeug. Außerdem lernt der Paliko interessante Sachen. So, ich versuche jetzt mal tatsächlich, und irgendwie seit ich Drachenlord verfolge, ist tatsächlich so ein blödes Wort. Ich versuche jetzt einfach mal, das alles so zu rekonstruieren, wie ich es gerade gemacht habe. Das muss nicht unbedingt Sinn ergeben. Aber ich bin hier oben so lang gelaufen und dann sah ich unten drei Punkte, genau wie jetzt auch. Genau, da unten diese drei Punkte. Da wollen wir hin. Eeeh, zapp, da unten, genau. Die Grimakinen, sie reiten Schamos, will Hallo sagen. Ja, erst einmal greifen sie uns an, ne? Also sie haben mich gerade eben nämlich auch angegriffen, deswegen... Genau, wir müssen sie von den Schamos runterholen. Dafür müssen wir hier die Schamos besiegen. Und dann graben sie sich ein. Und dann sind sie anscheinend weg. Wobei, wir haben jetzt hier eine Spur. Wir haben eine Spur, der wir folgen können. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht irgendeine Monsterspur ist oder so. Aber sie treibt uns ja jetzt hier außen lang, wo wir normalerweise nicht unterwegs sind. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das jetzt hier richtig ist. Ah, genau. Gut, da oben werden auch Grimakinen angezeigt. Sprich, äh, ja, wir sind hier richtig. Also wir werden nicht einfach nur zum nächsten Monster... Ach, guckt mal an. Ganz kurz mal die Perlen aus. Da, die looten wir noch. Sehr cool. So, und jetzt hier durch... Uh, hier war ich echt noch gar nicht auf der Map. Durch den Wasserfall kurz getaucht. Honig habe ich immer noch sehr viel in der Tasche. Na gut, da muss ich mich später mal drum kümmern. Und dann hier vorne... Hey, was soll denn das? Ihr großen Blödiane! Ich wollte das Ding schon selbst besiegen. Was ist das Problem? Wir würden gern im Namen der Forschungskommission zur Pfote gehen. Wirklich, äh, tut mir leid wegen vorhin. Äh, wenn mich die Melodie mitreißt, bin ich manchmal etwas hitzköpfig. In Wahrheit macht ein paar Zizi-Jaku aus Musikkatzen mächt... Äh, aus... Also uns. Uns. Musikkatzen mächtige Probleme. Ich beschloss mich heute, um sie zu kümmern. Ich stieg auf meinen Schamos und ritt los. Wenn das der Fall ist, packen wir gern mit unserem Pfoten zu. Ich würde Hilfe zu schätzen wissen. Das ist sehr großzügig. Dann soll die Jagd beginnen. Wir zeigen den beiden, wie mächtig unser Lied und unser Stahl sind. So, neue Quest hinzugefügt. Äh, er jage zwei Zizi-Jaku. Die können wir dann noch gleich annehmen, die Queste. Zwei Zizi-Jaku sollten ja gar kein Problem sein. So. Vor allem mit meiner jetzigen Ausrüstung. So, die Queste kriege ich dann bestimmt von dir. Im Zweifel einfach reinhauen. So, wartet mal. Erstmal die Belohnung annehmen. Und eigentlich müsste sie mir nämlich jetzt dann diese Quest anbieten. Als optionale Quest. Wir gehen auf die Jagd. So. Wahrscheinlich ist das eine Stufe 4 oder 5. Ja, wenn es scha... Genau. Notleidende Musikkatzen. Genau. So. Ja, wir starten im ersten Lager. Nö, von... Das sind... Weil das Low-Rank ist, brauche ich ja von denen nix. Äh, was essen wir dann gleich? Nicht schlecht. Ah, wir sind schon abreisebereit. Di-Ding! Ja. Äh, ich würde sagen, in der heutigen Folge, je nachdem, wie lange wir jetzt für die Zizi-Jaku brauchen, wir müssen sie ja tatsächlich nur erjagen, ähm, gibt es jetzt dann die Grimakinen hier im Koranen-Hochland. Und dann später können wir dann auch noch die Grimakinen in den anderen Gebieten machen. So, alles gar kein Problem. Aber ich glaube, so rein vom Folgen-Inhalt wird das hier heute so das Ding sein. So. Mhm, mhm. So, dann, los geht's. Wir jagen zwei Zizi-Jaku und haben die Pest an Bord. Das ergibt keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem. Ähm, jo. Ah, den ersten haben wir schon auf der Map. Ich bin bei Zizi-Jaku halt schon ein bisschen weiter, was die Forschung angeht. Könnt ihr aber trotzdem noch ein paar Spuren mitnehmen, oder? Das ist schon der erste, ne? Ey, bleib stehen! So, jetzt gibt's hier auf die Fresse. Muss ich natürlich sagen, die Quest ist natürlich jetzt nicht für High-Rank ausgelegt. Also, die ist schon dafür ausgelegt, dass man, äh, die, dass man die macht, wenn man, äh, schon ein bisschen früher hier ist. Also, man kann die Quest, glaube ich, machen, sobald man das Gebiet betritt. Theoretisch. Also, man kann sie auch schon auf Low-Rank machen, ist sie ein bisschen schwieriger. Jetzt hiermit natürlich schon High-Rank-Equipment. Hat er mich trotzdem nochmal geblitzet. Oh, die Musik-Katze ist mit dabei. So, ein richtiger Spring ins Feld hier. Fuck, ich dachte, ich könnte das noch schön unterbrechen. Aber die Musik-Katze macht hier echt noch ein bisschen schön Power mit. Boah, Alter. Der rammt mich um. Ah, ich hab, ich hab ne Idee. Ha. Oh, ist er weggesprungen. Oh, nein. Ich glaube, dass er auch schon eigentlich fast tot ist. Ich glaube, der würde auch schon gerne weglaufen. Oh, nein. Wieso schlage ich jetzt in die falsche Richtung? Ist ja lame. Oh, der zweite ist auch schon hier. Na, wir kümmern uns aber erstmal um den ersten. Oh, der zweite ist auch hier. Oh, der zweite ist auch hier. wirklich beide Zitzis dran. Ey, ich will einfach mal nach vorne springen. So, den ersten haben wir. Oh, jetzt kommen gleich die Scham aus und fressen ihn, oder? Nee. Na gut, doch nicht. Na, schön sein Zeug mitnehmen. Für die Rüstung kann ich es dann auf alle Fälle gebrauchen, beziehungsweise um eine Waffe aus ihm heraus zu entwickeln. Aus ihm heraus zu entwickeln. Als ob ich ihm so eine Waffe aus dem Po ziehe, oder so. So, gehen wir zum anderen. Machen den auch noch fertig. Ich habe halt in letzter Zeit wirklich so viel Zeit, äh, vor allem auch mit dem Livestream und mit dem Erjagen neuer und schwierigerer Monster verbracht, aber so Sachen wie die Grimmaikine und so müssen halt auch gemacht werden. Und ich muss auch unbedingt mal die Nebenquests alle machen, damit ich dann auch zum Beispiel mal alle Materialien, die ich so brauche, richtig anbauen kann. Am besten natürlich, wenn er jetzt ganz kurz nochmal runtergehen würde. Ich will auf dich drauf springen, obwohl ich kann auch von... Ich kann auch... Ah, nee. Ah. Man kann das manchmal so ein bisschen austricksen und kann so... Wenn er direkt an der Kante steht, kann man so... sozusagen... seitlich drauf springen. Das funktioniert auch mit ein bisschen Glück. So, also mal drauf. Oh, schön ins Gesicht. Ah, das hat doch nicht mehr richtig gereicht. Na gut, komm. Aber die kriegt's da ab. Ah, fuck it. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist genau wie gegen einen, äh, wie gegen einen Großjaggy zu kämpfen. Und diese, ich sag mal, Saurier-mäßigen Dinger, die sind halt immer so fix und wendig und kicken einen die ganze Zeit so hin und her, als wäre man so ein Fußball. Hier, Schwanz da, nochmal ein Kick da, kommt mal gar nicht richtig ran. So. Uh, da ist er schon, K.O. Oh, ein Kelby. So, da bist du. Ja, ja, der ist K.O. Der kriegt nichts mehr hin. Keine Angst, Grimma Kinen, ich helfe euch. Vor eurem Zizi-Problem hier. Okay, jetzt geht er dahin, wo der andere schon gestorben ist. Und versucht sein Glück. Ich drück, ich drück schon die ganze Zeit springen, aber ich bin halt immer noch in dieser Kampf-Kombo drin. So. Na gut, tot ist tot, da helfen keine Pillen. Immerhin gibt's zweimal Zizi-Loot. Kann man sonst noch irgendwas mitnehmen. Gibt's hier noch. Ein bisschen Kraut, brauche ich zwar nicht, aber naja, ein Donnerkäfer ist immer ganz gut. Na, guck mal, hier noch schön die Forschung abgeschlossen. Das heißt, es gibt noch ein paar Rüstungssteine. Oh, Schamos. Schade. Schade, schade. Aber hey, so. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich nur zu den Grimma Kinen zurück und dann sollten wir auch mit denen jetzt Freundschaft geschlossen haben. Boah, 9000 Zenny, das hat sich wirklich gelohnt. Genau, Schnurtrupp-Einheit, Musikkatzen. Sehr cool, sehr cool. Ja, auch mal bei den Grimma Kinen weitergekommen. Das wird ja auch immer wieder in den Kommentaren angefragt. Auch mal das Nebenzeug zu machen, nicht immer nur die fetten Monsterjagden. Und es lohnt sich auch, wirklich. Also, ich finde alleine, dass man jetzt hier wahrscheinlich, ich glaube dadurch, ach guck mal, das geht direkt weiter hier. Krieger der Forschungskommission, ich ziehe den Hut vor eurer Tapferkeit und Großzügigkeit. Nimm dieses Gadget als Dankeschön an. Dieses Instrument lässt sich nur spielen, wenn man mutig ist, die Melodien helfen dir. Wow, das klingt mir außergewöhnlich, danke. Wer an meiner Seite kämpft, ist mein Freund. Wenn du meine Hilfe brauchst, bin ich bereit. Auf Wiedersehen, tapfere und großzügige Krieger der Forschungskommission. Das Korallenorchester haben wir jetzt als Pelico-Gadget erhalten. Sollen wir jetzt nochmal mit Boy quatschen. So, also die Musikkatze gehört jetzt mit zu uns. Wenn wir jetzt aber, glaube ich, nochmal zurückreisen. Und zwar zu uns. Ich glaube, jetzt bekommt nämlich auch Boy die Möglichkeit, einen Schamos zu zähmen und dass wir ihn auch quasi im Kampf benutzen können. So, Boy, wir würden uns nämlich was sagen. So, cool, ne? Sehr, sehr, sehr cool. Gut, das wäre es gewesen, zumindest für diese kleine Exkursion in die Welt der Grimakinen. So, wir gehen jetzt ganz kurz nochmal zurück. Was ich heute auch noch schnell erledigen will, ist nämlich noch ein Blick in die Forschungsbasis. Denn ich glaube, dort kann ich auch noch mit ein paar Leuten quatschen. Das habe ich auch ganz schön vernachlässigt in letzter Zeit, muss ich zugeben. Deswegen, das packen wir ja heute noch mit dran. Ich glaube, das sind dann ein paar Quests, die wir mit dazu bekommen. Und dann gucken wir einfach mal. So, ich brauche sowieso noch richtig viele Zenny. Denn die nächste Rüstung, die ich mir crafte, wird mich bestimmt wieder 60.000, 70.000 inklusive Upgrades kosten. Und das wird die Lava-Siod-Rüstung sein. Denn die sieht verdammt nice aus. Sie sieht megamäßig nice aus. Habe ich ja auch schon im Livestream erwähnt. Dürfte auch in den Videomitschnitten auftauchen. Und ja, deswegen, die gönne ich mir auf alle Fälle. So, der Lär. So, so, der Lär. In der nächsten Folge, glaube ich, machen wir auch dann direkt die Grimma Kienen im Tal der Verwesung. Genau, das Tal der Verwesung, das fehlt uns da auch noch. Es ist soweit. Wir gegen den Nergigante. Der Drachenälteste, der Drachenälteste frisst. Oui. Sehr schön. Rüstkugel 3. Ah ja, sehr schön. Jetzt machen wir als nächstes mit dazu. Tal der Verwesung. Ah, müsste ich auch mal wieder hin. Und uralter Wald machen wir sowieso ständig. Gut. Dann. Ähm, genau. Wollte ich... Ah, die Schnurtrupp-Safari ist wieder da. Dann lasst uns die ganz kurz noch managen. Managen. Dün, 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 dün. Ich weiß, bei der Schnurtrupp-Safari seid ihr nicht bei jedem Mal dabei. Aber so ein kleiner Zwischenblick ist ja auch nicht schlecht. Ah, ich finde es so schön hier. So, mein lieber Haushälter. Halte mal das Haus. Äh, Kelby-Hörner. Oh, wir haben Kelby-Hörner bekommen. Oh, nicht zu knapp sogar. Oh, rosa Ratti an Schuppe. Und Höllenbeutel. Ich glaube, Höllenbeutel brauche ich mich mittlerweile wirklich nicht mehr beschweren. Und da habe ich so viele jetzt schon bekommen. So, wir machen weiter. Äh, Zapp. Zapp, Zarap. Ja, hier wieder mit rosa Ratti an und so. Perfekt. Gut. Dann. Dann, 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 dann würde ich jetzt sagen. Äh, noch ganz kurz zur anderen Basis. Und dann hätten wir es auch eigentlich schon wieder fast für heute. Mal eine etwas kürzere Folge. 20 Minuten. Naja. Kann man sich ja mal gönnen. Und, und vor allem, der Nergigante ist ja aller Wahrscheinlichkeit nicht die letzte Quest im Spiel. Das heißt, sie wird noch weiter und immer wieder ihren Spruch aufdrücken. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Mit dem kann man den Nährlichen hier so quatschen. Miau, miau, miau. Hör ich hier nur. So wie ich sehe, mit gar keinem, oder? Na gut, ich glaube, dann habe ich mich dann doch einfach getäuscht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge geht es. Ins Tal der Verwesung, dort die Grimakinen von unserer Freundschaft überzeugen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Du bist zum nächsten Mal, baby, euer Hyuga.